Fan-Marketing etwas anders. Deutschland, England. Unterwegs mit dem Fan-Bahn. Was ist das für eine Marke? Meister. Also ich dachte ein Aston Martin, also ich muss mich entschuldigen. Das war ich. Sonst heißt es, diese Jungs zu machen. Ich mache hier einenusaal Turistischen Box. Wahrscheinlich ist das der Chef, oder? Gute Fahrt. Das ist wahrscheinlich das etwas andere Rückspiegel-Marketing. Ja, Bastian! Du hast es verloren, oder? Nur ein Mensch, schau mal, Herr Beckenbauer, Sie kommen schon wieder um die Welt. Wir werden fast schon, jetzt machen wir das. Haben Sie denn Gebäck? Ich komme aus Murmau, aber von Kölner zu Kölner bin ich schon wieder. Aha, eine gute Frage noch. Ich schicke Ihnen das rüber. Wo ist denn der Sins bei Ihnen? Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es? MangelTouristik.de 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 Aber so günstig kommt man Zeit ins Marketing. Das ist die beste Werbung. Ja, das ist die beste Werbung. Bitte? Das ist die Bar. Das ist die Bar. Passe auf. Wenn ich das rausschneide, weil ich entscheide welche sind gut und welche schicken wir dann runter nach Mainz. Das ist eine gute Werbung. Na ja, okay. Haben Sie eine Karte? Nein, nein. Ich gebe ihn weg. Nein, nein. Ich habe eine Tscheche. Von der Tscheche? Ja. Von wo? Von Herrn Strahler. Teddygrens. Okay. Ich habe meinen Dolmetskosten. Ist das Marketing dann für ihn? Für ihn, ja. Für ihn, ja. Wo ist er denn? Da bin ich! Ach, du bist der Chef! Oh! Boah! 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 Bait Motorradеров, Laika! Max, komm schon, was bist du? Mitmachen! Ja, 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 ja.